Bei unserem Erfurter Zoo-Besuch am 18. Juli 2021 konnten wir die kleine Elefantendame Ayoka bei einem erfrischenden Bad beobachten. Ayoka wurde am 5. August 2020 im Thüringer Zoo-Bark geboren. Sie ist das erste Elefantengalb, das im Zoo-Bark Erfurt zur Welt kam. Ayoka, an diesem Tag noch kein Jahr alt, scheint das erfrischende Bad gemeinsam mit der Mama sehr zu genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017